Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat den Einsatz iranischer Drohnen durch Russland eine Bankrotterklärung genannt. Der russische Hilferuf an den Iran sei die Anerkennung des militärischen und politischen Bankrotts durch den Kreml, sagte Zelenskyy in seiner Videoansprache am Abend. Moskau habe jahrzehntelang Milliarden in seinen militärisch-industriellen Komplex gesteckt, doch schließlich müsse es auf ziemlich einfache Drohnen und Raketen aus Teheran setzen, so Zelenskyy. Der Beschuss der Ukraine mit ganzen Schwärmen dieser Drohnen mache den Russen vielleicht taktisch Hoffnung. Strategisch werde es ihnen ohnehin nicht helfen, meint Zelenskyy. Der Präsident dankt allen Angehörigen der ukrainischen Luftverteidigung, die in den vergangenen Tagen Raketen und Drohnen aus Russland abgeschossen hätten. Er lobt dabei auch das von Deutschland gelieferte Luftabwehrsystem IRIS-T. Das sei ein wirklich sehr effektives System, stellt Zelenskyy fest. Die russische Armee hat in den vergangenen Tagen verstärkt Drohnen iranischer Bauart vom Typ Shahed 136 auf die Energieversorgung der Ukraine, aber auch auf Städte abgeschossen. Dabei bestreiten sowohl Moskau wie Teheran ein Rüstungsgeschäft mit den Drohnen. Ein iranischer Außenamtssprecher sagte noch am Dienstag, man sei bereit, die unbegründeten Vorwürfe im Gespräch mit Kiew auszuräumen. Die US-Zeitung New York Times berichtet indes, dass der Iran sogar eigene Ausbilder auf die annektierte russische Halbinsel Krim geschickt hat, um dort russischen Truppen mit der Drohnenflotte zu helfen. Die Ausbilder operierten von einem russischen Militärstützpunkt auf der Krim aus, wo viele der iranischen Drohnen stationiert seien. Dem Bericht zufolge gehören die Ausbilder dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden an, einem Teil des iranischen Militärs, der von den USA als terroristische Organisation eingestuft wird. Ein Sprecher des US-Außenministeriums stellt fest, es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass iranische Drohnen für Angriffe auf ukrainische Zivilisten und militärische Ziele eingesetzt wurden, obwohl der Iran weiterhin schamlos über seine Beteiligung lügt. Die Drohnenangriffe sind äußerst umstritten, weil laut humanitärem Völkerrecht direkt Angriffe auf die Zivilbevölkerung oder auf zivile Objekte verboten sind. Es besteht außerdem die Pflicht, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Tote und Verwunderte unter der Zivilbevölkerung und die Beschädigung ziviler Objekte zu vermeiden oder auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die iranischen Waffenlieferungen an Russland sollen Diplomaten zufolge am Mittwoch auch Thema im UNO-Sicherheitsrat werden. Die USA, Großbritannien und Frankreich wollen das Thema während einer Sitzung hinter verschlossenen Türen zur Sprache bringen. Einzelheiten wurden nicht genannt.